Liebe Zuschauer, es ist ja soweit Tipps vom Schlafberater von mir für Sie diese Woche mit dem Thema Beratung im Fachhandel. Sie wissen ja, wollen Sie gut beraten sein? Schauen Sie bei Bertin Ullmann rein. Gut beraten, Matratzenkauf im Fachhandel. Eine neue Generation Startups tritt in den Matratzenmarkt ein. Sie verkaufen ihre Produkte online und werben mit einer Standardmatratze für alle Bedürfnisse. Kostenlose Lieferung und 100 Tage Rückgabegarantie werden als zusätzlicher Service angepriesen. Im letzten Beitrag haben wir bereits kritisch dazu Stellung bezogen. Der Matratzenkauf wird in unseren Beiträgen nicht umsonst so häufig thematisiert. Ebenso unterschiedlich wie die menschlichen Körper sind, so unterschiedlich sind auch die Anforderungen, die eine individuelle Matratze erfüllen muss. Entsprechend passende, verschiedene Modelle bietet der Fachhandel an. Matratzen aus unterschiedlichsten Materialien, teils mit vier Festigkeiten und Bezüge für verschiedene Bedürfnisse. Schnell verliert man als Kunde hier den Überblick. Verschiedene Kennzahlen können Ihnen hier zwar eine Orientierung geben, so gibt beispielsweise der Härtegrad an, für welche Gewichtsklasse eine Matratze geeignet ist. Die Bestimmung des Härtegrades ist bisher allerdings nicht normiert. Das bedeutet, dass dieselbe Zahl bei unterschiedlichen Herstellern für unterschiedliche Gewichtsklassen gelten kann. Gerade in solchen Fällen ist es wichtig für den Kunden, erfahrenes und kompetentes Personal an seiner Seite zu wissen. Die Beratung per Online-Chat ist nicht mit einem persönlichen Gespräch vergleichbar. Ein geschulter Verkäufer weiß außerdem, dass es nicht ausreicht, nur die perfekte Matratze zu besitzen. Erholsamer Schlaf ist ein ganzheitlicher Ansatz. Das optimal auf Sie zugeschnittene Bettsystem sollte in der Basis aus einem hochwertigen, anpassbaren Bettrahmen und einer darauf abgestimmten Matratze bestehen. Hinzu kommt, je nach Bedarf, noch ein Nackenstützkissen. Damit alle Elemente dieses Bettsystems zu Ihnen und auch zueinander passen, werden Sie als Kunde im Fachgeschäft vermessen. Die Schlafexperten von Dorma Bell haben speziell hierfür das Dorma Bell Messsystem 2.0 entwickelt. Bei dieser Messung spielen nicht nur Größe und Körpergewicht eine Rolle, sondern auch die Breite Ihrer Schultern, Taille und Ihres Beckens, sowie Ihre Lourdosen- und Knieposition. Diese Daten kann ein Experte dann gemeinsam mit den Angaben zu Ihren Schlafbedürfnissen analysieren und Ihnen darauf aufbauend ein Bettsystem aus dem ausgeklügelten Programm Dorma Bell Innova anbieten. Nur im Fachhandel haben Sie die Möglichkeit, dieses individuelle System für sich auszutesten und mit anderen Produkten zu vergleichen. Wenn Sie Ihre Matratze online bestellen, geht Ihnen dieser hilfreiche Beratungscharakter verloren. Zwar bieten die Start-ups eine Beratung mittels Chat und Telefon an, eine persönliche Bedarfsanalyse mit Messsystem und einem geschulten Schlafberater ersetzt diese Online-Beratung allerdings nicht. Auch wenn Sie sich die online erworbene Matratze nach Hause liefern lassen und dort Probe liegen, können Sie sich den Grund für eventuelle Unannehmlichkeiten unter Umständen nicht erklären. Sie wissen nicht, ob die Matratze zu hart oder zu weich für Ihren Körperbau ist, ob die Liegezonen Ihren Bedürfnissen entsprechen oder welche anderen Materialien besser für Sie geeignet wären. Wissenschaftliche Gütesiegel sind eine Garantie für qualitativ hochwertige Produkte. Einen guten Matratzenhersteller erkennen Sie nicht nur an seinen hochwertigen Produkten und seinem geschulten Personal. Durma Bell zum Beispiel arbeitet darüber hinaus mit Instituten zusammen, die die Produkte regelmäßig wissenschaftlich auf ihre ergonomischen, klimatischen oder hautsensorischen Bedingungen hin untersuchen. So wurde das Durma Bell Messsystem 2.0 inklusive der Matratzen und Rahmen in Kooperation mit dem renommierten Ergonomie-Institut München EIM, Dr. Heidinger, Dr. Jaspert und Dr. Hocker GmbH entwickelt. Weiterhin wird jede Matratze vom ECO-Institut auf gesundheitlich bedenkliche Emissionen und Inhaltsstoffe hin geprüft. Kompromisse sollte man bei der Entscheidung für eine Matratze nicht eingehen. Ein ungeeignetes Modell kann langfristig gesundheitsschädliche Folgen mit sich ziehen. Rückenschmerzen sind nur eine mögliche Konsequenz. Im schlimmsten Fall leiden Sie langfristig unter Ein- oder Durchschlafstörungen. Investieren Sie also die nötige Zeit in den Kauf einer Matratze und lassen Sie sich im Fachhandel bei Ihrem Durma Bell Händler beraten. Ihre Gesundheit wird es Ihnen danken. Sehr liebe Zuschauer, das waren Sie wieder. Die Tipps vom Schlafberater von mir für Sie diese Woche. Ich hoffe, Sie konnten einiges für sich daraus entnehmen. Einige Ideen vielleicht noch für das kommende Weihnachtsfest, für Ihre Einkäufe. Wir haben für Sie natürlich auch Wasserbetten im Angebot. Bettwaren aus Federn und Daunen bzw. Naturhaartdecken. Wir füllen natürlich auch Ihre Bettstücke in Ihrem Beisein. Wir haben auch Schlafdecken. Und Kopfkissen für kleine und große Schläfer. Bademäntel für Damen. Für die Männlein und auch für die Kindlein. Bettwäsche in verschiedenen Qualitäten. Und für die Badefreudin natürlich auch jede wilde Art von Freudewaren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Thomas Ullmann Und Sonja Petruf Undej Und Untertitelung des ZDF, 2020